Hallo, in diesem Video geht es um das Themengebiet Daten und Zufall. Dieses Themengebiet ist ab 2023 die Abschlussprüfung der Bärmschule Bayern zu finden. Doch da es noch nicht so viele Übungsaufgaben dazu gibt, zeige ich jetzt anhand von Aufgaben aus der Mittelschule Bayern, wie sowas vielleicht aussehen könnte. Wir haben die Abschlussprüfung an der Mittelschule Bayern 2019 auch zu finden in der Bärmschule im Prüfungsarchiv und Aufgabengruppe 1, Aufgabe 10 lautet wie folgt. Aus einem Korb mit 8 gekochten und 2 rohen Eiern werden nacheinander 3 Eier entnommen und nicht wieder zurückgelegt. A. Zeichnen Sie für den Ablauf ein Baumdiagramm und beschriften Sie dies mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Gut, mal als wichtige markieren. Wir haben 8 gekochte und 2 rohe Eier und nacheinander werden 3 Eier gezogen. Und auch wichtig, immer überprüfen, ob es zurückgelegt wird oder nicht. Was wir machen? Baumdiagramm zeichnen und Wahrscheinlichkeiten berechnen. Fangen wir mit dem Baumdiagramm an. Ich wähle einen Startpunkt und jetzt gilt es zu überlegen, was für zwei Optionen habe ich denn oder welche. Nicht nur zwei, es kann ja auch mehr sein. Welche Optionen habe ich denn? Und zwar kann ich einmal ein gekochtes Ei ziehen und einmal ein rohes Ei ziehen. Gekocht und roh. So, es soll dreimal gezogen werden. Also habe ich hier ebenfalls für die Möglichkeit gekocht oder roh zu ziehen. Hier ebenfalls gekocht und roh. Und ein drittes Mal ziehen, wiederum gekocht und roh. Gekocht und roh. Auch hier gekocht und roh. So, und jetzt an der Stelle aufpassen, weil wir haben nur zwei rohe Eier drin. Das heißt, wenn ich zweimal roh gezogen habe, bleibt natürlich als Möglichkeit nur noch gekocht übrig. Das andere brauche ich nicht mehr. Falls man es doch dazu schreibt, müsste man das nachher mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 beziffern. Das würde ja auch gehen, aber das ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Also kann man weglassen. Sollte man weglassen, dann ist es einfacher. Gut, erster Teil erledigt. Also einfach überlegen, was für Möglichkeiten es gibt. Und jetzt heißt es noch, die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Dafür brauchen wir jetzt die Anzahl der Eiern. Ich habe zehn Stück insgesamt, nämlich acht gekochte und zwei rohe. Also im ersten Zug habe ich eine Auswahl aus zehn Eiern. Vielleicht schreibe ich das erst. Erstes ziehen, zweites ziehen. Und drittes ziehen. So, wie viele davon sind gekocht? Acht Stück. Wie viele davon sind auch zwei Stück? Das ist noch die einfache Variante. Jetzt geht es an die nächste Stufe. So, hier heißt es, die Eier werden nicht wieder zurückgelegt. Also wenn ich ein gekochtes gezogen habe, dann sind logischerweise von den acht Stück nur noch sieben übrig. Und von den zehn Stück insgesamt, wenn ich eins wegnehme, sind es logischerweise nur noch neun. Also sieben Neuntel, um ein neues gekochtes Ei zu ziehen. Oder von den zwei rohen Eiern sind noch zwei Stück übrig, also zwei Neuntel. Auf der rechten Seite, wenn ich ein rohes gezogen habe, dann sind von da noch acht, also die kompletten acht gekochten übrig. Also acht Stück von neun sind gekocht und ein von neun Eiern ist roh. Und die dritte Stufe, im Prinzip genau das gleiche, einfach fortführen. Wenn ich zwei gekochte gezogen habe, sind noch sechs von acht Stück übrig und zwei von acht sind noch roh. Wenn ich ein gekochtes und ein rohes habe, habe ich sieben von acht sind gekocht und ein Ei von acht ist roh. Wenn ich ein rohes und ein gekochtes habe, dann habe ich noch sieben von acht sind gekocht und ein von acht Eiern ist roh. Und jetzt hier eine kleine Besonderheit, acht Achtel, also acht Eier von acht sind noch gekocht, weil ich die zwei rohen herausgezogen habe. Ja, also so kommt man sehr schnell drauf. Wie gesagt, da unbedingt aufpassen und nach überlegen, darf man was zurücklegen oder wird es nicht zurückgelegt. Dementsprechend verändert sich der Nenner. Ja, das ist wichtig. Gut, nächste Aufgabe. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Ablauf genau ein rohes Ei entnommen wird. Ja, mache ich anhand des Baumdiagramms. Da suche ich jetzt einfach die Pfade, wo genau ein rohes Ei drin vorkommt, also einmal R. Immer vom Startpunkt oben aus gehen, das wäre zum Beispiel das, GGR oder GRG oder rechts RGG. Das sind die drei Varianten. Alle anderen Varianten haben entweder kein rohes Ei, wie jetzt ganz links, oder es sind zwei rohe Eier drin. Ja, und hier heißt es genau ein rohes Ei. Wahrscheinlichkeit berechnen. P ist gleich. So, dafür muss ich jetzt die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Pfade berechnen und dann diese Pfade zusammenzählen. Ja, Formelsammlung hier links kann man sich überlegen. Einzelne Pfade rechne ich über die Multiplikation, das ist die Produktregel. Und zum Regel einfach die Pfade dann zusammenzählen, dann kriege ich die Gesamtwahrscheinlichkeit für dieses Ereignis. Also, P ist gleich. Erster Pfad ist acht Zehntel mal sieben Neuntel mal zwei Achtel. Dann plus dem zweiten Pfad, acht Zehntel. Net plus und mal, da sind wir noch im Pfad drin, mal zwei Neuntel mal sieben Achtel. Und dritter Pfad plus zwei Zehntel mal acht Neuntel mal sieben Achtel. Wunderbar. Das kann man jetzt ausrechnen. Unten der Nenner zehn mal neun mal acht sind sieben 120. Ja, steht überall bei jedem Summanden im Nenner drin. Also hier, hier und hier. Deswegen kann ich die drei Terme einfach addieren. Die sind schon gleichnamig, darf ich einfach zusammenzählen. Und jetzt oben im Nenner acht mal sieben mal zwei, acht mal zwei mal sieben, zwei mal acht mal. Das sind immer die gleichen Faktoren drin. Ja, dann tippt es einfach schnell in den Taschenrechner ein. Acht mal sieben mal zwei sind insgesamt 336,720. So, bei der Aufgabe heißt es nicht, in was für einer Form dieses Ergebnis dastehen muss. Manchmal steht daran, geben Sie ein Prozent an. Das steht jetzt hier nicht dabei. Das bedeutet, ich darf diesen Bruch hier stehen lassen. Müssen nicht mal kürzen. Auch das ist nicht erforderlich. Ich schreibe jetzt nach der Vollständigkeit halber die Kommazahl und die Prozentzahlen damit dazu, falls es jemand lieber so eingeben möchte. Kommazahl, 336 durch 720. Bei Daten und Zufall runde ich immer gern auf drei Nachkommastellen. Das hat immer den Hintergrund, dass da einfach dann die, falls ich in Prozentzahl umrechnen muss, möchte, dass dann die Prozentzahl ein bisschen genauer aussieht, ein bisschen genauer ist. Ja, ich kann das ja in Prozent umrechnen, indem ich das Komma einfach um zwei Stellen nach rechts verschiebe. Nun sind es 46,7% und als Kommazahl 0,467. Wie gesagt, vollkommen egal, welche Lösung davon man wählt, sind alle richtig. So, jetzt sind wir fertig. Aufgabengruppen 2. Aufgabe 8. Anja Schmitz schützt den Zugang zu ihrem Computer mit einem vierstelligen Passwort, das aus einer Kombination aus Buchstaben und Ziffern bestehen kann. Sie wählt für die erste Stelle einen der 26 Buchstaben des Alphabets. Dabei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. An der zweiten bis vierten Stelle folgt jeweils eine Ziffer. A. Das richtige Passwort soll in zwei Versuchen erraten werden. Zeichnen Sie dazu ein Baumdiagramm für die ersten beiden zufälligen Versuche und beschriften Sie die Äste mit der gewählten Wahrscheinlichkeit. Die gleiche Kombination wird dabei kein zweites Mal eingegeben. Viel Text. Was steht hier alles drin? Markieren wir nochmal. Wir haben ein vierstelliges Passwort. Okay, aus einer Kombination Buchstaben und Ziffern. An der ersten Stelle stehen 26 Buchstaben des Alphabets. Dabei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Alles noch für die erste Stelle. An der zweiten bis vierten Stelle folgt jeweils eine Ziffer. Gut, das Passwort soll in zwei Versuchen erraten werden. Zeichnen ein Baumdiagramm für die ersten beiden zufälligen Versuche und beschriften Sie die Äste mit jeweiliger Wahrscheinlichkeit. Und Achtung, die gleiche Kombination wird kein zweites Mal eingegeben. Ja, der Satz steht nicht umsonst da. Was für eine Bedeutung hat der? Wenn ich das erste Mal eine falsche Eingabe tätige, dann soll ich das ja nicht nochmal falsch eingeben. Das ergibt ja keinen Sinn. Wäre ja blöd. Das bedeutet, dass es vorher die Aufgabe mit den Eiern, mit dem Zurücklegen, der Satz steht da, dass im Prinzip kein Passwort zurückgelegt wird, sondern wenn eins verbraucht ist, ist es weg. Ja, gut, fangen wir an. Gehen wir erstmal auf das Baumdiagramm. Da müssen wir noch nicht ganz so viel dazu wissen. Das richtige Passwort soll in zwei Versuchen erraten werden. Wir haben also ein zweistufiges Experiment. Zeichnen Sie ein Baumdiagramm für die ersten beiden zufälligen Versuche. Also Passwort erraten, da gibt es ja nur zwei Zustände. Das heißt, entweder ist es richtig oder entweder ist es falsch. Ja, wenn ich ein Passwort erraten möchte, entweder ich gebe es richtig ein oder es gebe es falsche ein. Mehr Möglichkeiten bleibt nicht. Hier gibt es keine Unterscheidung mit, der Computer gibt an, halbrichtig oder viertelrichtig oder die Stelle ist richtig. Nö, richtig oder falsch, Punkt aus. Wenn das Passwort richtig ist, sind wir schon fertig. Hier gibt es jetzt nichts weiteres. Interessiert nicht, ob ich dann danach nochmal was Falsches eingebe oder nicht. Das heißt, der Ast bleibt so. Wenn ich allerdings was Falsches eingebe, dann habe ich nochmal die Möglichkeit, nochmal zu raten und da bleibt ebenfalls die Variante richtig oder falsch übrig. Das wäre also mein Baumdiagramm. So, und jetzt geht es natürlich an die Wahrscheinlichkeiten und jetzt brauchen wir das ganze Gesumms von da oben nochmal. Denken wir uns nochmal durch. Wie sieht dieses Passwort aus? Wir haben vier Stellen. Mache ich mal hier so als Kreise. Das sind meine Stellen. Die erste Stelle sind Buchstaben. Ja, 26 Stück. Und wichtig, wir haben noch Groß- und Kleinschreibungen mit dabei. Das heißt, hier haben wir insgesamt 52 Möglichkeiten, was hier draufsteht. Also, hätte ich zum Beispiel nur die erste Stelle, dann könnte ich sagen, ich habe 52 Möglichkeiten zum Durchprobieren. So eine hohe Wahrscheinlichkeit habe ich. So, auf den Stellen 1 bis 2 bis 4 habe ich Ziffern draufstehen. Ja, es gibt insgesamt 10 Ziffern. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, auf Stelle 2 habe ich 10 Möglichkeiten, Stelle 3 habe ich 10 Möglichkeiten und Stelle 4 habe ich 10 Möglichkeiten. So, wie viele Kombinationen gibt es dann insgesamt? Das ist ja hier jetzt für die Wahrscheinlichkeit wichtig. Ja, das richtige Passwort ist eins von allen Möglichkeiten, die es gibt. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Das muss jetzt geklärt werden. Schnell durchdenken. Wenn ich nur die Buchstaben habe, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit A, B, C, D und so weiter und so fort. Das sind insgesamt 52. Wenn die nächste Stelle mit dazu kommt, dann kommen ja die ersten Ziffern da mit rein. Also habe ich A0, A1, A2, A3, A4 und so weiter und so fort. Also kriege ich für das kleine A schon mal 10 Möglichkeiten. Wenn das kleine B dazukommt, noch mal 10 Möglichkeiten sind insgesamt 20. Und man merkt schon vielleicht, für die zwei Stellen sind es 52 mal 10 Möglichkeiten. Jeder Buchstabe wird mit einer Zahl kombiniert. So, und dann sieht man vielleicht schon das System, das da dahinter steckt. Wenn ich die dritte Stelle mit dazu nehme, habe ich 52 mal 10 mal 10. Und wenn ich die vierte Stelle dazunehme, sind es dann logischweise 2 mal 10 mal 10 mal 10. Ja, das passt soweit. Ich muss nur ausrechnen, 52 mit drei Nullen hintendran sind 52.000. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dieses Passwort richtig zu raten, 1 zu 52.000. Ein 52.000-Stell Zungenbrecher. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dann falsch zu liegen? Natürlich ebenfalls 52.000-Stell. 52.000 Passworte gibt es insgesamt. Und 51.999 sind falsch. Nächste Variante. Wenn ich ein Falsches gehabt habe und jetzt wieder das Richtige möchte, ist natürlich eins davon richtig. Und wie viele sind noch übrig? 51.999. Ja, also eins von diesen Dingen ist noch richtig, weil vorhin habe ich ein Falsches eingegeben. So, wie viel habe ich dann noch übrig? 51.998 von 51.999. Ja, dieser verminderte Nenner hier unten drin kommt eben, wie vorhin erklärt, aus der Kombination, also die Kombination wird kein zweites Mal eingegeben. Deswegen, das, was ich hier oben falsch eingegeben habe, wird hier unten nicht noch mal falsch eingegeben. Ja, gut. Baumdiagramm und Wahrscheinlichkeit fertig. Ermitteln Sie rechnerisch die Wahrscheinlichkeit, dass das richtige Passwort in maximal zwei Versuchen zu erraten ist. Maximal zwei Versuche, das heißt, ich darf es natürlich auch in einem Versuch richtig erraten. Das wäre das da. Aber natürlich gilt auch dieser Versuch hier. Einmal falsch und einmal richtig. Maximal zwei, das heißt, weiterdenken muss ich nicht. Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, berechne ich jetzt natürlich die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Pfade und addiere die. Links der Pfad ist recht einfach, das sind ein 52.000. plus jetzt der rechte Pfad. 51.999. 52.000 mal ein 51.999. Ja, Pfade werden multipliziert, die einzelnen, wenn man den Pfad entlang geht. und ja, wenn ich mehrere Pfade hatte, die waren dann adieu zur Wahrscheinlichkeit. So, Taschenrechner benutzen. Ja, unten 52.000, 1.99, das wäre dann doch ein bisschen zu viel für die Kopfrechnung. Ja, ich gebe jetzt wieder die verschiedenen Ergebnisse an. Einmal, wenn ich es als Bruch stehen lasse. Dafür muss ich jetzt den ersten Bruch hier erweitern mit 51.000, und neunzigstel und ja, ich mache es jetzt verkürzt. 51.000, neunzigstel mal zwei dann kriege ich hier als Nenner 103.998 und unten im Nenner 52.000 mal 51.000 neunzigstel oh, Riesenzahl was waren es? 2.703.948.000 so, genau, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Man sieht vielleicht noch, ähm, oben Zähler und Nenner sind gerade. Ich könnte also tatsächlich noch was kürzen. Würde ich aber nicht empfehlen, dann gebt lieber eine Kommazahl an, also das, was hier vorne steht, einfach so wie es dran steht, in den Taschenrechner eingeben. Und die Kommazahl hinschreiben, ich glaube, da ist man tatsächlich am schnellsten. So, ich gebe jetzt noch die Kommazahl mit ein, an 103.998 geteilt durch 2.703.948.000 ist eine Kommazahl mit 0,000, jetzt habe ich so viele Nullen, äh, runde ich hier auf die 4. So, und da sind, wenn ich jetzt noch ein Prozent umrechne, jetzt Komma um zwei Stellen nach rechts verschiebe, 0,004%. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das Passwort in maximal zwei Versuchen zu erraten. So, wir sind noch nicht ganz fertig, jetzt kommt dann die letzte Aufgabe. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit einem Versuch die richtige Kombination zu erraten, hoppla, mit Farbe, ein Versuch, wenn gleichzeitig der Buchstabe A oder S in der Großschreibung ist, also die erste Stelle, die erste Ziffer 1,8 ist, das ist die zweite Stelle, ja, da fangen die Ziffern an, und die Ziffern 3 und 4, keine 0 und keine ungerade Ziffer vorkommt. So, das löse ich jetzt immer ganz gerne mit einem Baumdiagramm, das ich einfach vorstelle, ähm, ja, was wäre denn die erste Möglichkeit für die richtige Kombination, A, 8, ähm, keine 0 und keine ungerade Ziffer, das heißt, 2,2 wäre das erste. So, angenommen, das wäre jetzt mein Passwort, und davon die Wahrscheinlichkeit berechnen. Alle anderen Passwörter haben ja die gleiche Wahrscheinlichkeit. Hier, für diesen Fall C. Ja, das, wenn jetzt hier ein S davor wäre, wäre genau das gleiche, die gleiche Wahrscheinlichkeit davon vorhanden. Also reicht es zum Beispiel, eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, und dann kann ich sagen, genau das ist meine Wahrscheinlichkeit, die ich brauche. So, dafür muss ich jetzt einfach die einzelnen Dinger durchgehen, die einzelnen Stellen. Wenn ich es mit dem Hilfelf vom Baumdiagramm mache, ja, kann ich auch durch Überlegungen machen, ähm, habe ich am Anfang ja die Unterscheidung zwischen A und S. Warum? Hier in der ersten Seite steht A und S in der Großschreibung, das heißt, das ist auf diese beiden Buchstaben festgelegt, statt 52 Möglichkeiten, bleibt nur noch 2 übrig. Die nächste Stelle, die kenne ich sogar auswendig, das ist die 8. Die wird hier festgegeben. Die erste Ziffer ist eine 8. Da gibt es nichts auswählen, muss so sein. Dann, dritte Sache, dritte Stelle, keine 0 und keine ungerade Ziffer. Was kann also vorkommen? Die 2, die 4, die 6 und die 8. Ja, 0 ist ausgeschlossen, 1, 3, 5, 7, 9 sind ausgeschlossen, weil es sind ungerade Ziffern, also bleibt genau das übrig. So, auf der rechten Seite spare ich mir das, weil es genau das gleiche. So, und jetzt, ähm, noch meine vierte Ziffer, gibt es ebenfalls die Auswahlmöglichkeiten 2, 4, 6, 8. Und jetzt kann ich es anhand des Baumdiagramms eigentlich recht schön wieder nachvollziehen. Wahrscheinlichkeit A oder S beträgt 1,5, weil ich habe die Auswahl aus A oder S. Einer von zwei Buchstaben ist A. Die zweite Wahrscheinlichkeit mit der 8, die ist fest vorgegeben, da gibt es nichts zu rütteln, die ist da. Wahrscheinlichkeit 1, eine Ziffer von einer auswählbaren ist die 8. So, nächste. Ich wähle eine Ziffer aus 4 aus, nämlich entweder die 2, 4, 6 oder 8, also Wahrscheinlichkeit 1,25. Und das gilt dann auch für die dritte, äh, für die vierte Ziffer, wieder die Wahrscheinlichkeit 1,25, weil ich kann wieder die 2, 4, 6 oder 8 wählen. So, damit bleibt also für meine Wahrscheinlichkeit folgendes übrig. 1,5 aus dem ersten mal 1, ja, 1,1 ist 1, aus dem zweiten mal 1,25 aus dem dritten, mal 1,4 aus dem vierten. Ja, diese Wahrscheinlichkeit. Und alle anderen Pfaden haben eben genau die gleiche Wahrscheinlichkeit, deswegen kann ich hier einfach vorgehen und sagen, ich berechne es jetzt für A, 8, 2, 2, was wäre es da? So, ähm, ja, rechnen wir es aus. Oben Nenner bleibt 1, einmal 1, mal 1, mal 1, und unten 2, mal 4, mal 8, sind 32, also ist meine Wahrscheinlichkeit hier ein 32. so, das kann ich jetzt natürlich in eine Kommazahl umschreiben, wie gesagt, wenn nichts dabei steht, in was die Wahrscheinlichkeit angegeben werden soll, kann ich es in allen möglichen Varianten, also Bruch, Kommazahl oder Prozent angeben, 1,32 sind ungefähr 0,031, hier runde ich jetzt hier auf drei Nachkommastellen, um dann Prozentzahl noch angeben zu können, Quatsch, sind dann ungefähr 3,1 Prozent, hier Kommastellen um zwei Stellen nach rechts verschieben, dann kriege ich die Prozentzahl. Jawohl, das war jetzt die Aufgabe und, ja, sind wir am Ende angelangt.